ja moin ihr lieben mitten in der zeit wo ihr mir eure bilder geschickt habt und dieses tägliche ich zeige eure bilder vielleicht langweilt sich ja der ein oder andere und von daher gibt es heute halt ein buchtipp und ich glaube nie war ein buch so passend wie zu dieser zeit von carsten schroeder fotografie zwischendurch und das gucken wir uns mal im detail an da möchte ich ein bisschen was zu sagen und zeigt euch also dranbleiben hoffentlich spannend ja ihr lieben willkommen zurück ich hoffe ich es erst natürlich das wichtigste ich hoffe es geht euch allen gut und kommt gut durch diese ungewisse zeit ich glaube nie war ein buch so passend wie derzeit dieses hier und gott sei dank kam dieses buch halt schon vor roundabout anderthalb wochen zu mir und ja carsten schroeder ist ein chemie technischer techniker aus dem saarland und es geht darum nicht immer zeit zu haben also nicht die große fototour die wir jetzt ja alle sowieso gerade nicht machen können sondern es geht darum halt 20 minuten alltag mit kreativität füllen und ja das buch zeige ich jetzt schon mal ein bisschen paar details ist halt sehr sehr schön aufgemacht zu carsten schroeder hat halt internationale wettbewerbe mitgemacht und nicht wenige halt davon auch gewonnen veröffentlicht seine bilder in fotozeitschriften und gilt einer als der oder gilt als einer der begabtesten amateurfotografen deutschlands sitzt auch in der jury und so weiter und ja so ein bisschen es geht darum 20 minuten gehen immer 20 minuten wo hier in dem buch halt so ein bisschen die augen geöffnet wird für impulse für blick für licht form strukturen umgebung und halt auch unterschiedliche location und auch location die sich wahrscheinlich jetzt gerade in dieser zeit unserem direkten umfeld befinden und das buch hat halt 22 verschiedene episoden locations ideen ich denke da ist für jeden was dabei wo man mal rein gucken kann und viele dieser bilder was ich schön finde ist halt auch beschriftet was für eine blende was für die so bereich ja was für brennweiten und dazu gibt es halt kurze kurze knackige erklärungen also es ist wirklich so ein ideengeber ein buch was man sich immer mal wieder zur hand nehmen kann und sagen kann okay ich gucke guck da mal rein ich gehe mal auf dem alten friedhof und da bin ich ja unter umständen alleine fotografieren mal da gibt es halt natürlich auch locations wie gebäude windräder bahnhöfe gut das vielleicht jetzt nicht so angebracht aber halt zum beispiel auch für die zukunft sachen wie ikea und das hat mir doch schon sehr sehr gut gefallen und das ist halt ein tolles tolles nachschlagewerk was ein weiterbringt aber was so in erster linie finde ich dafür gut gedacht ist halt ja auf dem weg zur arbeit mal anzuhalten auf dem weg vielleicht zum einkaufen bei einem kurzen spaziergang auch in dieser zeit die kamera mitzunehmen und da einfach mal ideen zu finden und ich lese dieses buch gerade sehr aufmerksam ich lese es auch häufiger mal und ja also nicht umsonst sehr sehr gut bewertet und den link zu diesem buch findet ihr unten in der kanalbeschreibung genauso natürlich die links zu den bisher vorgestellten büchern aber ich glaube wir haben ja alle viel zeit vielleicht die lieferdienste funktionieren ja bestellt es euch schaut mal rein und vielleicht kommt er so auf ein paar neue ideen so dass man trotz allem die kamera nicht jetzt für monate wochen wer weiß das schon weg legen muss also carsten schröder fotografie zwischendurch 20 minuten alltag mit kreativität füllen absoluter tipp ein buch was wie für diese zeit jetzt hier gerade erstellt wurde und volle empfehlung wie gesagt ihr habt gesehen ich will auch nicht zu viel aus dem inhalt verraten logischerweise aber tolles buch was mein portfolio bereich hat ja ich hoffe wir kommen nach wie vor alle hier gut durch ich wünsche euch nur das beste natürlich werdet und bleibt gesund die fotoreihe ist überwältigend was an e mails gekommen ist bilder gekommen ist ich möchte aber dann noch mal gesondert wenn es dann abeppt noch mal ein video zu machen das war eine wunderbare aktion wo es nicht um mich geht sondern um euch geht und ja nutzen wir die zeit doch vielleicht und holen uns neue inspirationen und ja schaut euch das buch mal kurz und knackig ich hoffe wir sehen uns bald wieder wer noch ideen hat für dinge die ich machen kann nur her damit also ihr lieben herzlichen dank und ich wünsche euch was schönes bis die tage tschüss bis die tschüss